Am 25. Oktober wird heuer bereits zum zweiten Mal im Festsaal Rosenthal zum Lipizzaner Heimatball geladen. Und alle sind herzlich eingeladen, nicht nur den Ball als Gast zu besuchen, sondern sich aktiv am Ball zu beteiligen. Also wie letztes Jahr wollen wir heuer wieder mit einer besonderen Bolognese überraschen. Und in diesem Jahr ist es geplant, wirklich aus der Lipizzaner Heimat ganz, ganz viele junge Damen und Herren zu uns dazu zu gewinnen. Wir suchen Tanzbare im Alter von 15 bis 30 Jahren und wenn möglich sollten sie aus allen Gemeinden der Lipizzaner Heimat kommen. Muss man bereits Vorkenntnisse haben? Auf keinen Fall. Also wenn man sagt, man hat das noch nie vorher ausprobiert, ist das überhaupt kein Problem. Wir koppeln dazu nämlich auch ein bisschen einen Tanzunterricht, wo man dann ganz leicht durch die Choreografie der Bolognese kommt und den Ball eröffnen kann. Außerdem gibt es natürlich auch eine ganz, ganz tolle Belohnung für all jene, die teilnehmen. Es gibt als besonderes Zuckerl für unsere Paare, die bei der Bolognese teilnehmen, ein kleines Package im Wert von 150 bis 200 Euro mit Sachgegenständen, aber auch Gutscheinen. Und das ist von unserer Seite die Belohnung fürs Mitmachen. Auch wenn man jetzt bei der Bolognese nicht mitmacht und dennoch natürlich plant, den Lipizzaner Heimat bald zu besuchen, wie kann man eventuell auch bei dir seine Tanzkenntnisse auffrischen? Ja, wir haben sehr viele Kurse im Angebot, vor allem ab Herbst, ab September starten dann wieder die Anfäng- und fortgeschrittenen Kurse. Jetzt über den Sommer laufen aber auch schon Ball- und Hochzeitskurse, die eben für die Tänze, Walzer, Bolker und Discofox genau das Richtige sind. Und ich glaube, dafür ist man dann auch bestens vorbereitet für die Ballsaison. Informationen bzw. Anmeldungen unter www.danz-schule.at